Niederösterreichs Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser stellte uns das neue Jugendkonzept der Arbeiterkammer Niederösterreich in einem ausführlichen Gespräch vor. Es wird eine Menge für die Jugendlichen und für junge Menschen getan von der Arbeiterkammer. Das wird jetzt zusammengefasst unter dieser neuen Dachmarke. Also es kommen wie gesagt alle Produkte dazu. Also geht es um Schüler-Studentenberatung, geht es um Lehrlingsberatung, geht es zum Beispiel um Bewerbungstraining, geht es um Zusammenarbeit mit den Berufsorientierungslehrern, geht es darum, wie bewerbe ich mich bei einem Unternehmen. Da haben wir jetzt unter dieser Dachmarke AK Young Produkte geschaffen, wo wir den Jugendlichen die Chance geben, wo wir nicht inhaltsschwere Großbücher oder Broschüren geben, sondern zum Beispiel Free Cards, wo wir Flyer machen, wo die Jugendlichen in den heutigen normalen Design wie Jugendlichen, und deshalb bin ich sehr stolz auf unsere Jugend, Vertreter, die genau dieses Produkt entwickelt haben. Die jungen Menschen so abholen wir es in dieser Zeit und vor allem ihnen und ihrem Alter und der Zielgruppe gerecht ist und deshalb auch AK Young in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Dieses Projekt wurde ja genau erst vorbereitet. Wichtig ist, wenn man sagt, man macht etwas für die Jugend oder für Schülerinnen, Schüler, Lehrlinge, dann ist es wichtig, dass man es denjenigen in die Hand gibt, die auch in dieser Zielgruppe sind. Und was gibt es da Besseres? Dass wir unsere Jugendfunktionäre, unsere Lehrlinge, unsere Schülerinnen und Schüler, unsere wirklich ganz, ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeiterkammer Niederösterreich, die genau in diesem Alter sind, entwickeln lässt. Welche Ideen gibt es? Was wollen die jungen Menschen in diesem Land, in unserem Bundesland Niederösterreich? Und ich bedanke mich auch hier noch mal ganz, ganz toll bei der Fachhochschule Wien Neustadt, wo ein ganzes Jahrgang, ein Studienjahrgang entwickelt hat, wie funktioniert die Zielgruppe, was wünscht sich die Zielgruppe, wie sehen die jungen Menschen eigentlich die Arbeiterkammer Niederösterreich? Und das Tollste an diesem Ergebnis ist, dass diese Marke, diese Erneuerung, nämlich die Marke AK Young, den jungen Menschen zu sehen, punktgenau ist. Wenn zum Beispiel auch hier bei den jungen Menschen die Meinung vorherrscht, wenn sie zu uns kommen, dann ist das auch irgendwo mit Beiträge oder mit Geldleistungen verbunden. Ja, dann muss man ganz klar sagen, es ist eben nicht so. Also wir geben diese Leistungen unentgeltlich und genau die Zielgruppe Jugend und Studentinnen und Studenten sind bei uns bestens aufgehoben und haben mit der Arbeiterkammer Niederösterreich mit dieser Marke AK Young auch einen starken Partner bereits in der jugendlichen Zeit schon an ihrer Seite. Nun, auch die modernen Kommunikationsmittel werden dafür genutzt. Selbstverständlich. Wir sind ja nicht nur im Bereich dieser neuen Free Cards und Flyers unterwegs, sondern auch in Social Media. Jugend geht gar nichts ohne Twitter, ohne Facebook. Auch diese Auftritte und natürlich unser eigenes Portal AK Young, wo alle Aktivitäten drinnen zu finden sind, alle Leistungen, die wir neu umgestellt haben. Sie haben auch hier die Möglichkeit in diesem Kommunikationsboard sich zu betätigen, Meinungen abzugeben und das funktioniert wirklich bestens. Also ich bin sehr, sehr stolz. Wenn wir von AK Young reden, sprechen wir ja von 13 bis 24, weil wir ja schon frühzeitig die Schülerinnen und Schüler in der siebten Schulstufe zum Beispiel in Berufsorientierung beraten wollen. Gehe ich in eine duale Berufsausbildung, gehe ich in eine weiterführende schulische Ausbildung bis hin zum 24. Lebensjahr, wo man noch Studentin, Studentin, Lehrling ist. Genau diese Gruppe und das ist die Voraussetzung und das Gute an der neuen Marke AK Young.